Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Praxisteams, mein Name ist Nicola Zitzmann. Ich leite die Klinik für rekonstruktive Zahnmedizin Prothetik am Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel, in der Schweiz. Ich freue mich, Sie im Rahmen der Jahrestagung der DG PARO in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Wir werden uns gleich zweimal sehen. Einmal im Rahmen des wissenschaftlichen Hauptprogramms am Freitag, wenn es darum geht, die Möglichkeiten zum Ersatz eines fehlenden Zahnes im Seitenzahnbereich zu diskutieren. Ist es immer das Implantat? Wann ist die Brücke indiziert? Am Samstag, am Praxisteamtag, geht es dann darum, Festsitzende und abnehmbare Versorgung für den Parodontitis-Patienten zu erörtern, auch die Nachsorge anzuschauen und was eben fürs Team wichtig ist. Ich freue mich auf Sie in Stuttgart.